Hallo und herzlich Willkommen zurück hier bei Middle-Earth-Shadow of War. So. Makro-Stock 10.000 dp. What? Alter, was für Level sind die? U-Logs sind die Stützpfeiler der Truppen des Häuptlings. Wirf sie um. War das... Ganz ehrlich, wenn die so High-Level sind, gucke ich mal, ob ich in anderen Gebieten Low-Leveliger finde. Was? 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 Es ist doch das, was Spaß war. Wenn unsere feinde es bestodik, könnt ihr nicht fliegen. Also, kann er gerne mal auf sein? ich scheiße auf die richtung tötung 1000 hat er gebracht jetzt nicht verarschen einunddreißig Kohloks wachsen auf Bäumen. Zeig dir schon, Mörder! Okay. Ich stürm, Leichthau! Stamm! Ich höre dich da, wo ich dich wollte. Ich höre dich da, wo ich dich wollte. Ich höre dich. Shit, wo bin ich denn hingesprungen? Ich höre dich. Ich höre dich. Ach, schon gut, schon gut! Dein Madenhirn ist einfach viel zu langsam. Du bezwingst keine Uruk-Schleue. Oh, shit. Hä? Warum kann ich das denn nicht einsetzen? Ja. So, das, das frage ich mich jetzt mal. So. Charakter. Wofür, Freunde? Hauptmann beherrschen. Boom. Jede Tötung bringt dir Zorn an. Wenn dein Zorn voll ist, drücke 5, um die Zeit zu verlangsamen, wodurch jeder Nahkampf tödlich... Ah, der ist nicht ganz voll, oder was? Alter. Wollt ihr mich verarschen? Ach, der war einfach von der Seite. Du, Professor, account du auch keine Steck. Du bist nur das, oder was du schon mal hast. Du bist nur das, oder was du schon mal hast. Du bist nur das, oder was du schon mal hast. Dann sind wir ja haltens. Du bist nur das, oder was du schon mal hast. Das war's für heute. Oh, oh, oh. Renten ist er. okay so berechenbar tag ich wusste dass du da lang fließt ich brauche bogen oben sind feine jetzt geht er hoch das muss weh tun ja man alter war das anstrengend gerade ich habe mich so konzentriert nicht dass ich nicht sterbe jawohl alter entsetzt du haust nicht ab alter ja den kann ich leider auch noch nicht machen dafür kann ich ihn aber beschämmern damit er nicht so stark mehr ist das bringt mir glaub ich trotzdem EP 23 mittlerweile Lagerraubzug 1000 EP bringt mir das alter shit ist das fehlt das müsste da müsste ich eigentlich hin um mit denen zu sichern und das machen wir auch grad shit alter da ist noch da liegt nur ordentlich geld glaube ich so alter dass der 1000 gebracht hat das war heftig vielleicht sollte ich mir das mit dem Karagor immer mal aufheben nicht dass ich immer so der garste bin nicht dass ich immer so der garste bin leckere 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 ich will unbedingt diese hier freischalten alter Leckere 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 leader nicht verfügbar spiele mehr aufträge schließe kann dann aufträge ab und dann müssen wir mal gleich gucken oder nach dieser Folge gucke ich das mal. Ein Eisturmtodesstoß verschmettert. Das ist alles so schwer. Das ist geil. Kann ich nicht weiter. Ah ja. Friere einen Feind ein. Ne. Ich behalte mein Schwert. So. Wie gesagt, wir sind da auf dem Weg zur Demissionen. Wir sind zum Glück schon Stufe 23. Aber ich weiß nicht. Wenn man guckt hier. Mystiker Stammstufe 332. Mystiker Stammstufe 200. 255. Stufe 70. Alter. minas war das ist stufe 40 für 255 zu 2 alter 300 wir sind da im stärksten gebiet oder was ok scheiß auf den typen dahinten wie sie also es war schon heftig wo gehen wir nun hin ich glaube das hat sich damit geklärt sind im stärksten gebiet gewesen stufe 41 wir haben die trotzdem fertig gemacht da müssen wir hier so richtig durch rasieren alter mein gott aber wir haben stufe 41 ja das gab das sollten wir hier leichtere karten haben oder so weil wir haben doch hier schon die gebiete so gut wie jetzt gibt es hier auch die ganzen mission es gibt aber auch weniger aber das sollte uns ja nicht stören da sind auch diese eine mission da das ritual ist es meine stelle ist ja nicht es wird zeit das auserwählten problem bei der wurzel zu packen kann ich nicht teleporten ja mann jetzt mal auf viel mehr sind dahin zu gehen oder so und passende schwäche gebiet alter weiß auch geben nach ganz rechts machen das so rum ja fangen wir im stärksten gebiet an enten hier im schwächsten wo dann die sie alle töten oder aus ja vielleicht nicht die schlauste richtung gewesen aber wir haben ein schnell level gemacht erzählt auch über bei level easy durchgemacht dass einer zehntausend gebracht aber auch ein harter kampf muss ich sagen ach das ritual so werden auserwählte also gekürt ich hätte es mir irgendwie festlicher vorgestellt der nahe school ist ganz auf das ritual fokussiert der perfekte moment um zuzuschlagen der weg wird von schützen bewacht es wäre klug sie lautlos zu beseitigen zurück auf auch sondern Was auch immer es war, es hat wohl Angst vor mir. Du bist immer so. Ich schlade den Wightläufer. Ich wollte die eigentlich übernehmen, aber es hat nicht so ganz funktioniert. Willkommen Talion. Willst du zusammen mit diesen drei den Hexenkrück mit ihnen? Es ist dein Schicksal, wie du weinst, wir würden nie aufhören, mich mit dem Auserwerben und erst recht nicht mit dir. Erst abschlachten, dann losquatschen. Deine Überhäste, nicht meinem Schicksal. Was dann noch bleibt, kriegt die Wildnis. Und dann ist nichts mehr von dir übrig. Okay, wer ist denn hier schon gestorben, ey? Oh, tut mir wirklich leid. Das ist ein Schicksal, ich bin dein Schicksal. Ich bin dein Schicksal. Warum wird das denn nicht angezeigt von dem Spasten, Alter? Das ist nur eine Frage, dir schreit. Ich bin dein Schicksal. Ich bin dein Schicksal. Also die Mission werde ich definitiv verkacken. Alter! Alter, jetzt! Oh, Alter. Okay. Oh, Alter. Auch ohne diesen Hexentypen, Alter. Wäre das schon nervig genug. Jetzt, Mann. Ja, ich bin dein Schicksal. Ich bin dein Schicksal. Und dann ist er auch noch zu beden. Und dann ist das ein Schicksal. Eriyer, dass wir die Überhörter werden müssen. Ich bin dein Schicksal. Ich bin dein Schicksal. Ich bin der Schicksal. Ich bin dein Schicksal. oh doch, ich kann hier aber niederstrecken, man ich brauch pfeile, ich brauch pfeile, ich brauch leben die armen der menschen wurden besiegt, mir der sithil ist gefallen, nichts steht ihm im weg wunderschön, leck mich im arsch, muss ich jetzt auch, ich muss jetzt alle wieder töten nein der weg wird von schützen bewahrt, es wäre klug sie lautlos zu beseitigen es stimmt, die große spinne ist gefährlich mein sieg ja 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 . ja 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 Was haben wir denn hier, Jungs? Sieht aus wie ein Eindringling. Neuen Titel erhalten. Und was machen wir mit Eindringlingen? Ich bin dein Kling. Erstmal den nervigen Typen hier loswerden. Hä? Okay. Warum kann ich den nicht einfach nur mit E besiegen? Alter. Ja, die nieder. Beuge dich, Mann, Schläufer. Nur genug. Zurück mit dir, Na. Alter, der Fleischreißer getötet. Alter. Alter! Alter! Alter nicht! Alter! Habe sicher Zeit! Du weißt nicht alle, bitte! Nein! Feubert, es ging Ihnen einsetzen! Fließ die Augen! Alter! Was? Wie ist das passiert? Der Zirn! Scheiße! Dein Platz ist in unserem Land! Was will ich auch lernen? Hier! Was? 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 Wurde enthauptet, ey! Ich habe ihn getötet, hoffentlich, ey! Alter Schwede! Gut erkämpft! Doch dies war nicht der letzte Kampf! Und es war nicht das letzte Ritual! Oh, passt Level ab, Alter! Okay! Bei mir ein extra! Sehr schön! Wir haben die Initiative ergriffen! Sie wurden in die Defensive gedrängt! Den Feind in die Ecke drängen! Hm! Das macht ihn fügel! Ja! verbessern so dass so zu drücken geht schneller durch also wir haben 16.000 geringe ja ich will aber die 100 prozent gesundheit haben wenn man da einfach mal so macht und sagt verbessern dann ist er sogar besser aber beim schild meine stufe verbessern 54 sogar gleich mit dem 23er jetzt umso gefährlicher aber das war's von dieser folge wenn es euch gefallen hat lasst mir ein like da kommentiert was ich verbessern kann abonniert mich damit die offener stand bei bis zum nächsten mal oder rein